Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory 4. Ja, seit meiner letzten Aufnahmesession sind zwei Wochen jetzt vergangen und Tibi hat relativ viel geschrieben. Ich muss mich auf jeden Fall sehr sehr bei Tibi bedanken für die ganzen vielen Kommentare und die ganzen Infos die du mir gegeben hast. Es ist sehr 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 viel dabei, dass ich noch herausfinden möchte, zum Beispiel dass ich das Buch hier mehr verwenden soll, um zu gucken, was ich halt alles brauche und dass es doch relativ wichtig ist. So, warte mal, ich muss jetzt mal schnell alles wieder ein bisschen säubern. Inventarproblem steht noch. Dass das hier auch relativ wichtig ist und dass es den More Excavation Mod gibt, was das ganze Abbauen um einiges erleichtern würde. So, wollen wir doch damit gleich mal anfangen. Das F7 habe ich schon ausprobiert. Ähm, hat leider nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das hier dran liegt, wie es ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich mal versucht, hier mit F7 ein bisschen was zu machen. Äh, ich habe leider nicht diese Überansicht gesehen, ob es genug ausgeleuchtet ist oder nicht. Weiß nicht, wieso. Das Einzige, was passiert ist, dass mein Aufnahmesymbol sich über meinen ganzen Bildschirm verschoben hat. Und, ja, ähm, auf jeden Fall More Excavation. Genau, dafür wollte ich erstmal diesen Kruk haben. Äh, Kruk, 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 Kruk. So. Äh, genau so war das. Habe ich hier, wo war das? Hier. Bin jetzt ein bisschen draußen, also es tut mir leid, wenn das hier alles so ein bisschen heiter heute ist. Ich muss nicht, ich habe morgen noch meine letzte Prüfung. Und muss dann, schau mal, Shift. Wie funktioniert, also TB, ähm, ich werde heute wahrscheinlich wieder drei Folgen aufnehmen. Aber du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie der so Ox Excavation Mod funktionieren soll. Weil ich habe jetzt auch mal eine Liste der installierten Mods gesucht. Und da habe ich diesen Or Excavation Mod leider nicht gefunden. Ähm. Was natürlich blöd ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht mit Tools gar nicht geht, ob man da andere Tools braucht. Können wir mal probieren, ob wir hier sozusagen, wenn wir jetzt Shift drücken. Hm. Also entweder bin ich blöd oder ich habe den Mod echt nicht gefunden. Ähm. Kann ich hier auch irgendeinen Mod Options? Schauen wir mal. Or. Excavation. Nein, der Scher ist installiert, okay. Wie funktioniert der? Ähm. Allow players to mine whole veins of ore cut down whole trees or any other tool based action in one go. Simply easy to understand configs are provided by the Mod developers. Es installiert, okay. Aber wie funktioniert der? Was muss ich tun, damit du einspringst, mein Freund? Ox Excavation. Ähm. Allow shapes. Allow undo. Allow alt tools. Use altertile check to tool validation. So it swaps. Okay. Kann es sein, dass das mit denen gar nicht funktioniert? Schauen wir mal, bestimmt, vielleicht steht das in den Controls drin. Options, Controls. Or movement. Or movement. Genies work stuff. Blablabla. Journey map. Journey map. Mechanism. Some more overlays. Open. Then kommen wir das. Or excavation. Excavate. Was denn grave? Was ist Grave? Was ist Grave? What the frick is Grave? Mit V konnte ich umschalten hieß es Ganz ehrlich, ich glaube ich bin zu ploppelklopp dafür Entweder ich habe keinen Plan oder irgendwie... Was ist Grave? Also... Hä? Okay, mein Inventar ist ein bisschen zu voll gerade Ähm... Was kommt hier hin? Grave Bonsai Nee... Pidified Resin, Bone Resin... Okay, irgendwo schon Bones gemacht Dann wirst du jetzt Bone... Bonsai Und fertig aus, ich brauche jetzt mal die ganzen Bone-Dinger hier Coal... Bone Enchors... So, okay... Coal Piece... Dann mache ich noch ein Schild schnell... Und mache Bone Bonsai hin Nein, verdammt... Heute läuft ja schon wieder super Bone... So... Okay... Dann bist du jetzt... Sand... Sand... Bonsai... So, okay... Weil ich tue jetzt schnell mal die ganzen Sachen weg, die ich hier noch drin habe Damit ich vielleicht ein bisschen mehr Platz kriege insgesamt Ähm... Vielleicht brauche ich auch andere Tools, damit das funktioniert Ich weiß es nicht... Ich weiß noch nicht, was Grave ist Was zum Fick ist Grave? Ich kenne jede Taste auf dem Bild... Auf meiner Tastatur... Aber was zur Hölle ist Grave? Wo liegt denn Grave? 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 Oder... Hä? Okay... Okay... Ähm... So... Jetzt wollen wir uns mal weiter an die Tipps halten... Es gibt auch angeblich einen... Äh... Wooden... Hopper... Man sollte auch Hopperschrift schreiben, ne? Den Scheiß gibt es echt? Wooden Planks in der Chest... Ey, wollt ihr mich verarschen? Und ein Happer... Äh... Ha... Er läuft... Läuft... Oh, ich... Absorgen... Wachsum... Ab Items... Okay, das ist cool... Ähm... Ah, genau... Es gab auch einen Cobblestone Generator... Einen automatisierten... Den will ich jetzt sehen... Cobblestone... Stone... Tastatur... Nicht in meinem Gesicht... Cobbl... Was ist denn das? Äh... Hier, Cobblestone Generator... Aber Tier 2... Tier 3... Cobblestone Generator... Okay, ich brauch Wasser... Lava... Stück Glas... Und Cobblestone... Gehen da auch Holz... Dinger... Ja, hier, schau ja... Clay Buckets gehen auch... Okay... Only holds 24 Blocks... Makes... One Cobblestone... Block... Every 40 Ticks... Can output... To an Inventory above... Can output... To an Hopper below... Oder ich kann drüber eine Kiste rein... Theoretisch... Platzieren... Oder wenn ich das richtig verstehe... Weil... Was natürlich... Ähm... Tibi recht hat... Das hier... Ist... Oldschool... Das ist, was ich noch kenn von damals... Von... Ähm... Sky Island... Was du gemacht hast... Wenn du deinen Baum hattest... Du hattest ein Stück Lava und ein Stück Wasser... Dann hast du direkt dir sowas versucht aufzubauen... Das ist halt so... Das kenn ich... Wie gesagt... Ich hab Minecraft jetzt schon... Ein halbes Jahr nicht mehr gespielt... So... Ähm... Spiel jetzt... Ähm... Zwei Mod Packs... Eins davon ist... Sky Factory 4... Bedeutet... Ich bin nicht mehr auf der Höhe der damaligen... Äh... Der heutigen Zeit... Ich komm mir vor wie ein alter Opa... Wenn man es mal so sagen darf... Ähm... Ich brauche... Bedeutet... Jetzt nochmal so... Blöde Dinger... Ne... So... Jetzt hab ich hier nochmal ein bisschen was... Was geplatzt werden kann... Wo war der Bone? Hier... Bone... 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 Wo ist denn hier... Bone... Coal Resin... Gravel Resin... Bone Anker... Bone Sapling... Und Bone Resin... So... Dann hab ich das hier alles schon mal drin... Ähm... So... Kann ich hier irgendwie... Einfach... Was... Wenn ich nie weiß... Das Problem ist... Wenn man... Ich wusste... Irgendwie ging es doch... Dass ich hier das ein bisschen sortieren kann... Automatisch... Welche Taste waren das jetzt schon wieder? Der große Fix... Na okay... Hö... 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 Ähm... Also schön... Gut zu wissen... Dass ich die auch so nehmen kann... Und kann ich jetzt fürs erste Mal... Die ganzen Bonzers hier auch um platzieren... Das ist cool... Aber warum kann ich jetzt diesen Bonzerbaum zum Beispiel nicht abbauen? Wenn ich das jetzt mache... Dann fällt ja das ganze Ding auseinander... Ja toll... Das war jetzt nicht unbedingt der Plan... Wenn man es mal so sagen darf... Da müsste ich nicht normalerweise das abbauen können... Ah ne... War das nicht irgendwie... Ah... Oh... Ja... Ich bin dumm... Das kommt davon... Wenn man eine Zeit nie wieder nicht spielt, ne... Ähm... Ich brauch noch eine Wooden Chest hier... Die platziere ich jetzt einfach mal fürs erste hier hin... Das ist nicht mehr platziert... Aber das ist einfach mal meine Wood Chest... Weil ich alles was Holz ist... Reintun kann... Und das wenn ich es nicht brauche... Dann habe ich es halt hier, ne... Äh... Bauen... Ah... Ich hab schon wieder Bonesachen... Ich hab schon wieder Bonesachen mit mir auf... Achso... Weil das ein Bonbaum war... Okay... Gut zu wissen... Wenn man wieder mal eine Zeit nicht reinkommt... Aber jetzt wird es wieder wöchentlich aufgenommen... Ähm... Dadurch dass ich halt aktuell... Matou... Äh... Noch... Eine wichtige Prüfung bei mir habe... Musste ich ein bisschen vor... Ähm... Aufnehmen... Koppel... Du sollst hierbleiben... Einfach damit ich genug Zeit habe... Um alles vorzubereiten... Die zwei Wochen haben wir echt gut getan... Ich hab viel geschafft... Ähm... Außerhalb sozusagen... Vom... Vom... Vom Aufnehmen her... Ich hab... Wirklich... Einiges wieder hinbekommen... Meine Gaming Wand ist... Um einiges weitergekommen... Davon werde ich vielleicht meinen Postern auf Instagram mal wieder machen... Wenn ich mal wieder auf Instagram bin... Ähm... Boneleaves... 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 So... Ähm... Aber ja... Wie gesagt... Äh... Jetzt gucken wir nochmal kurz... Ich Clay gemacht habe... Es tut mir leid Leute... Aber ich bin halt echt lost... Das war relativ simpel... Glaube ich... Genau... Ich musste mir sowas machen... Und das ging... Clay Anchors... Recipe ist too large... Ja komm... Einmal nehmen wir noch... Und dann tun wir ein paar Clays machen... Machen wir schnell die... Die Döpfe... Brennen die durch... Holen das Wasser... Und dann machen wir das schnell... Sand sollte ich ja auch schon machen können... Und ich bin schon gespannt... Wenn ich die mit den Hopperhändeln machen kann... Also wir haben mein Ziel... Dass ich diese Woche vielleicht... Die Bonsai Hopper Dinger machen kann... Für gleich den Eisenbaum... Ah... Zu dem müssen wir auch noch kommen... Ich bin... Ich bin so... Ähm... So... Zurück zum... Punkt... Ich wollte... Clay machen... Eine Punkt 9... Das müsste reichen... Bedeutet... Wenn ich dich jetzt zerteile... Kriege ich Clay... Und es hat nicht einer gereicht... Oh... Fick der Schäße nochmal... Mann... Dann halt noch einer so... Dann brennen wir die beiden mal schnell durch... In unserem nicht gut platzierten Ofen... Kann ich rein... Schade... Ähm... So... Weil dann müssen wir die ganzen Sachen hier um platzieren... Dann machen wir das alles jetzt hier... Und später würde ich unten dann gerne... Ähm... Hopper Abläufe machen... Dass wir sozusagen alles unten dann abfahren können... Das soll hier oben so bleiben... Ich will nur eine Schicht drunter bauen... Wo dann die Verkabelung drinnen kommt... Ähm... Dass man natürlich mit Holz aufhoppern... Eine relativ günstige und gute Alternative wird... Ist auf jeden Fall schon mal perfekt... So... Ihr zwei seid fertig... Bedeutet... Ich kann jetzt das Wasser nehmen... Und Lava... Und tue ich erstmal ins Inventar mit... Damit die... Ja keins von euch beiden platzieren... Dann brauche ich noch... Sand... Ja okay... Das ist jetzt nicht das Problem... Dass ich hier keinen Sand platzieren sollte... Aber mir fehlt noch... Fehlt das ganze Sandzeug... Zeiglich alles aufgelegt... Hoffentlich reicht das... So... Ich brauche nur einen Sand... Bitte... Genau... Damit ich den Scheiß mal... Ich war jetzt gerade bei Glaspanels... Denken wir so... Fuck, fuck, fuck... Ich brauche ja mehr... Dafür war es ja nicht wirklich mehr... So... Cobblestone habe ich... Perfekt... Dann können wir den... Cobblestone Generator... Gleich mal machen... Cobbl... Stone... Generator... Perfekt... So hier... Glas habe ich... Ich habe die Sachen... Ich habe Cobblestone... Und dann machen wir mal Hex-Hex... Schön... Ich platziere ihn jetzt... Fürs erste Mal bei uns hinten auf der Insel... Nee... Das Achievement... Kommt hier hin... Mhm... Mhm... Ja... Ich tue mal... Eine Kiste drüber platzieren... Stand der da... Er kann... Items... Platzieren... So... Schauen wir mal... Ob er das wirklich kann... Wir lassen ihn jetzt einfach mal... So kurz machen... Ähm... Ich tue mal... Wir werden diesen hier so ein bisschen... Abbauen... Das Chaos beseitigen... Braucht der keiner mehr... Und der soll jetzt erstmal für eine Zeit machen... Wir lassen das trotzdem hier... Eine... Steinfläche... Schaut mal... Jetzt ein bisschen Abwechslung... Mal den ganzen Design... Was wir hier haben... Und... Vielleicht fällt mir auch was ein... Was ich damit machen kann noch... Ich kann jetzt mal den hier... Ein bisschen Licht platzieren... Noch... Ähm... Holz... Ah... Oh... Oh... Lol... Oha... Äh... Äh... Oha... Äh... Oha... Oha... Äh... Überforderung in meinem Hirn... What? Wie fucking schnell ist das Ding? Ähm... Kiste... Ich bin grad sowas von lost gewesen... Dass ich nicht mal mehr Plan hatte... Wie man eine Kiste macht... Geil... Das geht... Also das ist ja mal... Also das ist ja mal... Der pure Hammer... Vielen, vielen Dank Tibi... Alter... Ich könnte zwei da drunter platzieren... Weißt du wie heftig das Ding umgehen würde? Holy... Shit... Am besten ist eh eigentlich hier ein Hopper drunter dann... Dann läuft das nachher ab... Ähm... Oder so... Mal gucken wie ich das dann mach... Wie gesagt soll ja alles automatisiert werden... Und ich will halt oben eine schöne Fläche haben... Wo du halt zum Beispiel diese Bonsai Wälder siehst... Aber du siehst nicht wie sie verarbeitet werden zum Beispiel... Das wäre so mein Endplan... Äh... Ja... Warte... Ich bin grad so ein bisschen überfordert... Ähm... Außerdem kann ich normal... Sapling... Wollte ich mal gucken... Sapling... Ich brauche ja jetzt diesen Jungle Tree Sapling... Und den kann ich wohl... Aus einem Clay Sapling... In Mud... Bedeutet ich brauche Wasser... In... Und das wird dann zu Mud... Dann kann ich sowas machen... Und wenn ich jetzt Iron... Ah... Ich hätte Sapling lassen können... Sapling... So... Ähm... Wo ist denn hier nochmal der Iron... So... Ich hab nicht... Leider grad nicht mehr alles im Kopf was Tibi gesagt hat... Weil wie gesagt... Ich bin noch heftig am Lernen für meine letzte Prüfung... Ähm... Okay... Aus einem normalen Apple Sapling... Und einen normalen Sapling... Kriege ich... Aus dem Dirt Sapling... In Wasser... Okay... Dirt Sapling... Sollte ich aber glücklicherweise noch einige haben... Und... Wasser... Habe ich ja rein theoretisch in dem... Oh... Und hier sind's... Ha... Schau an... Jetzt reißen wir den hier ab... Und platzieren den normalen... Oh... Ich hab mal wieder einen normalen Baum... Schön... Ich tue das mit dem Crooked machen... So... So war das genauer... Ja... Ich hab irgendwie Kopfhör... Dass das ein Jungle Sapling Wood... Baum... Gedöhnt sein musste... Ja... Mein Hirn war mal wieder auf Halbmast... So... Kann ich dich? Geht das bei dir auch? Ich will nicht mehr aus dem Baum mal draus haben... Deswegen... Versuche ich jetzt da noch ein bisschen was rauszuholen... Ombora... 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 Da steht er schon... Oh... Naturell... So schöner natureller Baum... So... Jetzt lassen wir den mal kurz... Ich... Tue wieder mal mein Zeug weg... Oh... Äh... Aber... Warte mal... Leute... Ich seh... Ich überzieh schon wieder maßlos... Das wollen wir ja nicht... Deswegen... Ich hoffe euch jetzt gefallen... Wenn ja... Lasst euch einen Daumen nach oben da... Aber wenn ihr es noch nicht habt... Schreibt... Wie immer in die Kommentare... VTB... Ähm... Infos oder Ideen... Ähm... Was ich hier verbessern kann... Was ich verändern kann... Ähm... Wir werden jetzt versuchen... Richtung Eisen zu kommen... Wir haben unseren Cobblestone Generator... Der... Schön Asche macht... Oh... Das ist... Oh... Das ist... Also... Ich hätte da Stunden dran rum gemacht... Den auch zu... Zu automatisieren... Aber na gut... Ich hoffe es gefallen... Ja... Lasst euch einen Daumen nach oben da... Aber wenn ihr es noch nicht habt... Sagt euren Freunden... Und... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder... Also... Bis dann... Ciao...